Und das soll ich Ihnen glauben? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Krimineller. Kriminelle sind notorische Lügner. Alles an mir ist eine Lüge. Aber wenn mir jemand eine zweite Chance geben kann, sind sie es. Wir beide haben so viel überstanden. Alles, was er je geliebt hatte, wurde ihm genommen. Seine Kinder. Schier unvorstellbar. Die Abgründe der Verzweiflung. Die Stunden des hiobartigen Wegeschreis. Die Schmerzen des Daseins. In diesen dunklen Stunden schwört er sich etwas. Ein Lebenswerk bricht hervor aus dieser vernarbten Seele. Jahre vergehen. Sein Leidensweg wird kompliziert. Eines Tages hält der Ende der Farmer, der längst kein Farmer mehr ist. Seht die Spur der Verwüstung, die er hinterlassen hat. Jetzt ist er es, der Brandschatzt. Er ist es jetzt, der abschlachtet. Und in seinem Herzen weiß er, er muss bezahlen. Die Spur der Verwüstung, die er innen sind, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020